Argentinien hat Mexiko mit 2 zu 0 geschlagen und wahrt sich somit die Chance auf das Weiterkommen aus der Gruppenphase bei der diesjährigen Weltmeisterschaft. In diesem Video werde ich einfach mal kurz taktisch draufblicken, was sie zur zweiten Halbzeit anders gemacht haben im Vergleich zur ersten, die dann doch schon ziemlich enttäuschend war, weil man sich da wirklich wenig Chancen rausgespielt hat. Die Startaufstellung bei Argentinien, es gab einige Änderungen, vor allem in der Defensive, was das Personal angeht. Das System blieb das gleiche nach der ja doch schon enttäuschenden Niederlage gegen Saudi-Arabien. Bei Mexiko gab es nach dem Unentschieden gegen Polen eine Systemumstellung auf eine Fünferkette. Und zwar hat man den Stürmer vorne hier rausgenommen und dann halt eben einen weiteren Spieler hinten reingestellt zwischen die Innenverteidiger und hatte dann halt einen 5-3-2. Das klare Ziel dabei war, sie wollten den Punkt holen, das 0 zu 0 halten, standen dabei dann extrem tief, waren teilweise mit bis zu sieben Spielern in der letzten Kette und wollten dann halt mit den schnellen Flügelspielern vorne mit Vega und Lozano über Konter für Gefahr säugen. Schauen wir uns nun also an, wie Argentinien in der ersten Halbzeit mit Ball agiert hat. Da hatten wir dann die Innenverteidiger und dann ist eben Rodriguez, der dann doch schon eher ein klassischer Sechser ist, ist im Spielaufbau immer zwischen die Innenverteidiger und die haben dann halt eben eine Dreierkette gebildet. Die Außenverteidiger konnten dann dementsprechend aufschieben und entscheidend ist, dass die Außenverteidiger für die Breite im Spiel säugen sollten. McAllister, der links außen nominell war, war dann eigentlich immer zentral das Spiel über. Messi dann quasi als Zehner und de Paul ist auch von der 6 nach vorne gerückt in den Zehnerraum. Also da hatte man wirklich McAllister, Messi, de Paul und die Maria alle hier im Zehnerraum und eigentlich niemand, der hier einen Verbindungsspieler gegeben hat zwischen der Abwehr und der Offensive eigentlich. Also natürlich stand Mexiko nicht so hinten drin, die haben das dann natürlich schon ein bisschen zugestellt und Rodriguez war halt dauerhaft hier zwischen den Innenverteidiger, ist eigentlich selten vorgerückt und dementsprechend konnte Argentinien den Ball schlecht nach vorne bringen und konnte sich halt so auch wenige Chancen rausspielen in der ersten Halbzeit. Ich meine in der ersten Halbzeit hatte man dann halt auch 0 Torschüsse, 0,04 Expected Goals, aber einen Ballbesitz von 67%. Die Maria war dann hier auch häufig so genutzt, dass er zentral agiert hat, dann war es dann häufig so und dann ist er halt immer, hat sich fallen lassen auf die Seite, wo der Ball war, war der Ball jetzt hier rechts, ist er halt auch auf die Seite, um dann halt die Seite hier zu überladen und zu einer Überzahlsituation zu machen, aber das hat jetzt auch nicht wirklich viel geholfen. Ich meine, ihr habt die Zahlen jetzt gerade gehört, mit dem vielen Ballbesitz, aber wenig Ertrag in Form von Chancen. In der zweiten Halbzeit, nehme ich jetzt schon mal vorweg, hat Argentinien 0,24 Expected Goals, ja, ist auch nicht viel, aber Mexiko hat jetzt, ja, mit 0,02 auch nicht viel und der Ballbesitz verändert sich zu 51%. Also, ja, das hat auch damit zu tun, dass Argentinien dann in Führung geht, aber es zeigt auch, man hat mit weniger Ballbesitz sich bessere Chancen rausspielen können und jetzt schauen wir drauf, wie das gelungen ist. Also, was hat man zur Pause geändert? Man hat Rodriguez, der ursprünglich 6er ist, ist wieder zurückgefallen zwischen die beiden Innenverteidiger, aber man hat es dann in einem Viereraufbau gespielt, das heißt, Otamendi war rechter Innenverteidiger, Rodriguez linker, Martinez quasi Linksverteidiger. Somit konnte Acuna dann aufschieben, der außen die Breite des Spielfelds nutzt und auch dort die Position hält. Montiel hingegen, der in der ersten Halbzeit für die Breite des Spiels zuständig war, hat sich fallen lassen und hat dann quasi den klassischen Rechtsverteidiger der Viererkette gegeben und somit musste jemand anderes die Position hier rechts auf dem Flügel besetzen, um halt eben die Breite zu halten und diese Aufgabe hatte dann halt eben Angel Di Maria inne und der hat es wirklich sehr gut gemacht mit vielen Dribblings. Das ist seine gelernte Position auf dem rechten Flügel, da kann er gut ins Dribbling gehen und dann nach innen ziehen oder halt die Flanken reinschlagen und so hat er das Spiel belebt. Aber das war nicht das Einzige, was dann eben zu einer Besserung gesäugt hat und dann eben auch zu den Toren. Nämlich ansonsten war das hier noch ziemlich ähnlich, da waren auch McAllister, Messi, DePaul hier im Bereich und es hat so ein bisschen die Verbindung zwischen Abwehr und Offensive gefehlt. Was dann aber dafür gesäugt hat, war die Einwechslung von Enzo Fernandes, dem Top-Talent, der kam in der 57. Minute rein für eben Rodriguez und dann ist man so ein bisschen mehr ins Risiko gegangen natürlich, musste man ja auch ein bisschen, indem halt Rodriguez rausgeht, also einer für die Absicherung, weil Fernandes hat es nicht so gespielt wie er. Fernandes ist dann eben hier in dem Bereich zwischen der Abwehr und der Offensive und hat halt eben genau diesen Verbindungsspieler dargestellt. Er konnte den Ball von hinten erhalten, ihn nach vorne treiben oder dann halt dementsprechend direkt weiterpassen. So ist dann letztendlich auch das Tor entstanden. Da war es dann eben Fernandes, der den Ball nach vorne bringt. Dann gelangt der Ball halt eben nach außen zu Di Maria. Di Maria hat den Ball also auf außen, spielt ihn rein auf Messi, der hier mal ein bisschen Freiraum hat. Der zögert nicht lange, bis dann eben der Gegenspieler kommt, aber bevor der da ist, hat er halt eben schon abgeschlossen. Perfekter Abschluss und da hält er einfach Argentinien am Leben. Sie hatten keine Glanzleistung von Argentinien, auch die zweite Halbzeit war jetzt nicht wirklich überragend, aber sie haben es dann halt eben doch noch geschafft, ihre individuelle Qualität auf den Platz zu bringen und die ein oder andere Chance rauszuspielen und konnte somit die Chance am Leben halten, dass man doch noch weiterkommt und der Titeltraum für Messi weiterhin am Leben bleibt. Das ist also soweit meine Analyse zum Spiel. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Stimmen dir mehr zu? Seht ihr irgendwas anders? Lasst es mich sehr gerne wissen in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal.